Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, wir werden heute einfach nicht zocken, Bro. Oh doch, er ruft an! Oh mein Gott! Moin, moin! Moin, fünf Subs oder ich leg auf? Yo, achso, Digga! Runtergegangen, 50% schon günstiger. Digga, achso... Nee, hä? Auf keinen Fall. Alright, alles klar. Krass, krass, krass! Und ich start wieder den Tag mit so einer scheiß Laune, Mann! Wie sauer. Oh, shit, oder? Wie geht's dir? Hey, gut soweit, Bro. Ich war... Oh mein Gott, das war so geil, ne? Ich war gerade noch vorm Stream joggen und ich sag dir ehrlich, es hat so gut getan. Nochmal fünf Kilometer, ohne Pause, einfach mal durchgefallen. Wie kannst du das jedes Mal bringen, Bro? Wie kannst du jedes Mal die gleichen Scheiß-Gags bringen? Ich hab mir ein neues Stirnband gekauft und ich schwöre dir, vorher noch nie ein Stirnband benutzt. Und ich hab dir... Ey, ohne Mist. Das ist so krass. Ich hab mich so viel konzentrierter gefühlt. Und die ganze, ganze leere Luft oben, obere Kopfhälfte, das war so schön zusammengepresst. Ich hatte richtig was zu tun. Basti, ich hab doch keinen Bock, mit dir zu streamen. Ich würde was alleine machen. Alles klar. Alles klar, mein Bester, ne? Du, war schön, ne? Viel Spaß bei deinem Kinderspiel und dann sehen wir uns. Vielen Dank. Vielen Dank.